Herzlich Willkommen zu einem weiteren Türchen des Matchtakes Adventskalenders. Ich bin euer Fakes United und heute, wie gesagt, mit dem 16. Türchen des Matchtakes Adventskalenders. Das 16. Türchen haben wir hier nämlich Mattenburg, die Nummer 16 vom 1. FC Kaiserslautern. Machen wir einfach mal das Türchen auf und schauen wir einfach mal, was wir da so drin haben. Da haben wir wieder zwei Karten und zum einen haben wir einen Bremer Mittelfeldspieler. Da haben wir Ludovic Obranjak mit der Karte Nummer 50, 66 Angriff und 38 Verteidigung. Tops Marktwert liegt bei 6,5 Millionen und dann kommen wir gleich mal zur zweiten Karte. Das sind nämlich die Trikots vom 1. FC Kölle und da haben wir das Heim-Auswärts-Ausweich und das Torwart-Trikot. Meiner Meinung nach sieht das Ausweich-Trikot einfach einem geilsten aus. Hier die Farben gelb-blau, sieht richtig nice aus. Auf jeden Fall sind das die Trikots von 2014 bis 2015, ist ja wieder klar. Und die ganze Karte ist die T10 mit der, wie gesagt, Trikot 10. Ja Leute, das war's für mich mit dem 16. Türchen. Morgen bin ich mit dem 17. Türchen am Start und bald ist der Heiligabend, meine lieben Freunde. Freut euch drauf, ich freu mich auch schon drauf. Und ich wünsche euch dann noch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Euer Bex und Leute, Tschüssikowski. Ciao. Ciao.